Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nr. 72 von Company of Heroes 2 im Multiplayer. Wir spielen die Deutschen, wir spielen ein 4v4. Wir haben dabei den Dreamcatcher, wir haben dabei den Night Raven und wir haben dabei den Major Pants. Ja, wir spielen hier die relativ nördliche Flanke, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich bin ja mal gespannt, das ist jetzt, glaube ich, schon wieder das seit langem erste 4v4, oder? Vor allem was funktioniert, also was nicht abbricht. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Bin ja mal gespannt. Wäre ja mal schön, wenn das mal wieder hinhauen würde. Also teilweise ist das doch schon sehr frustrierend, wenn die Spiele immer nicht zu Ende gehen. Nicht so schön ist das. So, wo packen wir sie denn hin? Hier. Nein, wieso sind die schon da? Krasse Scheiße. Scheiße Ingenieure von denen. Wir sollten wirklich versuchen, vernünftig im Deckung zu stehen. Das bringt einfach nichts, da so einen Run zu laufen. So. Dann wollen wir mal gucken. Ein bisschen ablenken. So. Genau. Weckt sie mal. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das wird auch produzieren. Kontakt. Schweres MG. Pionier Top. Na. Die scheinen das da echt zu überleben. Bereit. Das ist doch nice. Dann sollten wir die jetzt mal auch ranholen. Los geht's. Grenadiere. Die laufen jetzt nämlich oben rum. Wir werden das Gelände erobern. Unter Beschuss. Ja, da sind sie schon. So, ein bisschen hin und her dancen. Ja, zieht sich zurück. So. Ja, die sind außer Reichweiter. Jetzt ziehen wir noch mal ein Stück ran. So, schnell mal das Gebäude aufpassen. So, gucken, gucken, gucken. Da sitzen sie. Da sitzen sie. Jetzt wollen sie hinten rum kommen. Okay. Das ist ja nicht so nett. Aber bringt ihr nicht so viel? Ja, oder doch. Krass, wie sie frem klingen. Würde ihnen das schon was bringen. Zumal wir das da hinten noch gar nicht eingenommen haben. Gehen zum Ziel. Bewegung pionieren. Egal. Das ist jetzt erstmal... Wurscht. So, wie machen wir das denn jetzt? Wird ihr das jetzt ungern lassen? Der Feind feiert auf uns! Ja, gerade noch rechtzeitig zumindest reingestellt. Wir sind bereit! Ja, jetzt werfen sie. Die Schweine. Nein! Nein! Nicht so! Ah, nicht so gut. Wir sind im Moment noch unterlegen. Wegen Bewaffnung. Ich schätze mal, da werden sie uns wohl zurückschlagen. Da hinten ist irgendwo. Bringt nicht viel. Ja, wobei, es sind nur noch drei. Ah, die kamen. Scheat! Pioniere! Ach, die sind sogar schockiert. Komm mal her hier. Genauso wie ihr. So, was machen wir jetzt da? Das... Nervt mich schon ein bisschen. Zumal die hier die ganze Zeit... rumdancen sind. Ich glaube, das kriegt er jetzt gerade nicht mit. Das ist nicht gut. So... Wo sind die denn jetzt hin? Wo sind die denn jetzt hin? Da sind sie hin. Ah, wir holen sie erstmal lieber wieder hoch. Lieber erstmal hier hoch. Da kommt nämlich auch schon einiges an Gegenfeuer. Das Vaterland ist gewachsen. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal... rum... kümmern. Oh oh. Ah, wir müssen uns ein bisschen dezimieren. Schnell weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. und keine Angst vor Beschuss. Bereit zum Einsatz. Bereit zum Einsatz. Bereit. Run, run, run. Run, 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 run. Der Ivan ist da! Und wegballern. Wegballern, wegballern. Ach, da sind auch... Shit, 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 shit. MG Unterstützung ist bereit! Ja, schnell! Bewegung! Feuert eine Gewehrgranate! Da müssen wir jetzt mal was gegen tun. Aufgepasst! Wir müssen zerstören! Ach super, die sind weg. Alles klar. Dann können wir die nochmal schnell schnappen. Abrauen. Und nochmal ganz fix da hoch. Was ist das hier? Die haben das. Wunderbar. Jetzt nehmen sie da sogar einen, ey. Unglaublich. Oh, wir haben da sogar schon den nächsten. Ich glaube, wir holen uns mal wieder den Tiger. Wir brauchen sie Feuerunterstützung. Einpacken! 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 So... Der wird dann mal schnell hier hin. Die sind auch schon hinten. Ja, jawoll. So... Geht immer... ...dorhin. So, und dann da... Ach, guck mal an. Guck mal an. Das sind sogar nicht wenig. Oh, da ist ne Pack. Da ist ne Pack. MG-Unterstützung ist bereit. Tjo... Ja, mal gucken, dass wir jetzt mal auf Panzer IV gehen. Wird langsam mal zollt. Oha, oha. Oha, oha. Ei, 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 ei. Okay. Geh mal weg. Ach, der kommt von hinten. Sehr schön. Oh, oh, oh. Schafft er das noch? Ja. Ohm. Das ist dann ganz gut gesessen. Das müssen wir aber auch weg. Jetzt müssen sie aber auch ganz schnell weg. Hm. Das doof ist, dass die wissen, wo wir sitzen. Können wir uns mal hier verziehen. Oh, oh, oh. Oh, oh, nee. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Egal. Ist jetzt so, wie es ist. Ach, lag. Schicken wir mal hier einen Versorger hin. So, was machen wir jetzt hier? Müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie wieder vernünftig Fuß fassen. Interessant. Was macht er denn da? Müssen wir nur die Kleidlänzen? Naja. Ach, da ist unser Teamkollege. Sehr gut. Oh, da ist ein Mörser. Da ist ein Mörser. Nehmt die Beine in die Hand. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall drauf reagieren. Schicken wir mal Down-MG hin. Ja, hier. Das andere erstmal hier. So. Die sind auch da. Gucken wir mal. Bauen wir hier eben mal schnellen Kampfbunker. So, dann wollen wir mal schauen. Da sind nämlich die Mörser. Ja, das interessiert uns nicht. Ja, ja, ja. Wir haben dich gesehen. Wir haben dich gesehen. Oh. Das ist nicht, nicht, nicht so schön. Wieso haben die schon so Aua gekriegt? Okay. Das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt gar nicht nett. Schnell nach vorne. Ganz schnell nach vorne. Oh weh, oh weh. Ah ne. Abfahren, abfahren, abfahren. Damn. Dann haut doch auch endlich mal ab. Shit. Böse. Ein dummes Arschloch. Gehen da. Autsch, Autsch, Autsch. Macht ihn kaputt. So. Da. Jetzt bitte einmal hier hin. Drei. Gleich direkt da drauf. Na. Oder da. Da. Na, holt er sich seinen MG zurück. Jo. So, reinfahren. Reinfahren, reinfahren, reinfahren. Das muss wieder uns gehören. Das muss wieder uns gehören. So. Da. Das da. Super. Läuft. Auf die Bolschewiken Schweine. Da. Gibt's aber nicht. So. Super. Jetzt bittet den da. Das war ganz zügig. Bevor der uns zu sehr Auer macht. Ja, super. Super. So, wie sieht's aus? Das dauert noch ein bisschen. Oh, wir haben jetzt vergessen, den aufzubauen. Hehehe. Ja. Auch super geil. So, das gehört uns. Sehr schön. Jetzt wollen wir da mal gucken, dass jetzt gleich eingenommen ist. Dann werden wir einfach mal in die Richtung hier heizen. Was ist denn da hinten? Ach. Ach, nee. Du Arschloch. Du dummes Arschloch. Für wen hältst du dich? Für wen hältst du dich eigentlich? Was ist das? Scheiße. Schuss, schuss, schuss. Wir haben Verluste. Wir wurden für eine Befassung vorgesehen. So, einfach wegballern. Halt, halt, halt. Mal weg hier. Aber irgendwie laufen unsere Jungs gerade wie die fliegen. Ganz merkwürdig. Zack. So. Ein bisschen ran da. Nein, nicht darauf. Nein. Da ist da. Viel interessanter. Genau den da. Den werden wir wohl gleich verlieren. Ob es ausschaut. Doch nicht. Oh, da ist er packt. Deswegen. Okay, das ist fair. Müssen wir schon mal gucken, dass wir mal wegkommen. Okay. Doch nicht. So. Dann werden wir jetzt aber trotzdem mal ran. Ähm. Was geht denn da ab? Was geht denn da ab? Wir sind auch schon wieder hinten. Supi. Ja, eigentlich könnten wir mal gucken, dass wir auf die schweren Panzer jetzt gehen. Momentan haben wir noch einen im Bau. Da ist doch auch noch was. Oha. Wir sind aber auch gar nicht so schlecht dabei, muss man sagen. So. Ab nach vorne. Genauso wie du. Ab nach vorne. Nee. So. Da nochmal bitte. Dann hat er noch mal in Stücke. Komm. Ha. Das hat ihm auch nochmal weh getan. So will ich doch meinen. Geht mal hier rein. Was ist los? Und ran da. Macht mal Luki, Luki. Ich wusste, dass da noch was ist. Das war so klar. Ach. Müsste doch eigentlich ganz schön wehtun. Ja, tut das auch. Sehr schön. Aber man weiß so langsam. Sollten wir kommen, dass wir ja wegkommen. Ja. Wir hauen einfach mal ab. Wir hauen einfach mal ab. So. Sollen wir einfach mal ranfahren. Wieso schießen die eigentlich nicht? Gut. Jetzt wo sie weg können. Raus, raus, raus. Gottes Willen. Haut ab. Sollte nennen das Wahnsinns. Alter, 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 Alter. Nies Kamikaze ran da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt gerade wirklich ein bisschen krank. Eine große Panzerfabrik. Was sieht das denn aus hier? Die Pack hat da ganz gut aufgeräumt. Äh, Flak, nicht Pack. Sie schießen auf uns. Diese Soldaten ausschalten. So, dann muss da noch einer. Ist das schon nett? So, ja. Was machen wir dann jetzt? Ich glaube, wir holen uns jetzt mal eben schon in den Heimbunker. Nervt gerade ein bisschen. So, und dann holen wir uns hier hinten nochmal Trape Stur. Wir müssen etwas bauen. Ja? Panzer hier. Sie haben Position bestätigt. Fertig. Ja. Dann auch genauso gut. Erstmal kriegst du nach Hause fahren. Was wollen Sie? Nur bei nach Hause fahren? Ja, Quatsch. Hier hinfahren. Das wird auch Sinn machen. So. So. Wir haben das soweit auch eingenommen. Oh, was macht der denn da? Er geht ja ab. So. Die werden nachgerüstet. Die werden nachgerüstet. Die machen. Die stehen da soweit auch ganz gut. Das besser ist im Nibelungenwerkziele in den Kampf. Einmal BD. Geh näher. Oh. Was geht denn da? Oha. Haben wir aber auch im Moment nicht genug Munition. Da jetzt irgendwie einzugreifen. Versorgungsfahrzeug bereit zum Einsatz. Bleibt mal ganz geschmeidet. So. Versuchen wir mal seinen Panzer da noch zu retten. Das wäre ja noch ganz nett. Wer den behalten kann. Ah. Shit. Gut. Also nicht. Wobei wir sollten hierbleiben. So. Der Panzer wird repariert. Und unser Panther ist da. Das ist doch schön. Werden wir nämlich auch sehr wahrscheinlich gleich brauchen hier. So. Mal ran. Dann wollen wir mal ran da. Unten bleiben. Sie haben uns entdeckt. Boah. Die ganzen Atheis. Alter. Wie die Erden ab. Marschieren. Pioniere zu allem bereit. Hä. Geht der ab. Großoffensive hier. Ah. Ja. Böse Geschichte hier. Wir sind mit. Panzer hat der Kanone. Wir können hier nicht bleiben. Puh. So. Aber vielleicht wird ich mal gucken, ob wir auf den Tiger sparen. Einen haben wir ja hier vorne schon stehen als Unterstützung. Haben wir gerade einen Panzer erledigt? Schweres MG. Geht's denn jetzt aus hier. Die sind noch am Reparieren. Was ist denn da unten schon wieder los? Ach Quatsch. Wir wollten hier unseren Tiger sparen. MG-Trupp. Einsatz bereit. So. Jetzt können wir endlich mal unseren Heilbunker nutzen. Juhu. Juhu. Da werden wir jetzt repariert. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir jetzt mit dem Panzer 4 hier hinten rumfahren. Und wenn wir mit dem einfach mal da so ran fahren. Müsste das doch voll fies sein. Ich glaube, das ist sowieso gerade voll fies. Ja. Da haben wir uns gerade gutes Timing rausgesucht. Würde ich mal so behaupten. Jetzt werden die nämlich da richtig zerbrückt. Da sind auch noch welche. Ja, doch. Schaut nicht schlecht aus. Die müssen jetzt allerdings mal weg. Und ein Tiger. Sehr schön. Boah. Minimale Schäden sind schon da. Die werden wir uns mal einfach kümmern. Da. Geh'n da. Geh'n da macht ihr mal kaputt. Das geht nämlich gar nicht. Ui. Uiuiuiui. Was haben die denn da alles aufgebaut? Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Mal ganz schnell einmal rumfahren. Feindlicher Druck, feuern. Nach Deutschland geht es dort erst ab. Feind hat uns gesicht in ihr Druck. Ah, die müssen sich mal kaputt wieseln. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das war ein Chaos, wir hier gerade veranstalten. Ich denke mal, so schlecht ist es aber nicht. Auch wenn wir die jetzt relativ psychomäßig verlieren werden. Das ist nämlich das Wichtige. So was von Löwen geht. Zack. So, die kann auch mal nachgerüstet werden. Unser Tiger ist auch gleich da. Das ist nämlich das Wichtigere. So, jetzt müssen wir uns hier nochmal ein bisschen Movement mäßig machen, bewegen. Da ist der Flammpanzer. Oh, oh, oh. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, auf doch. Ähm, jetzt. Warum latsappen wir uns. Auff. Pwach. Au, 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 au. Auff. Noch mal mal ein Stück zurück. Eine Schlacht ist das, eine Schlacht Unten sieht das auch soweit ganz gut aus, was sie da fabrizieren Oh, Elefanten Das ist natürlich auch kein Wunder So Kommen wir jetzt nochmal ein bisschen ran hier Äh, was ist für das denn? Ha 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 Bum, bum, bum Na ja, guck mal, was ihr da hinten gesehen habt Konzer Abwehrkanone Ja, suchen hinter den Linien nach Ziel Da so Boah, mach die bloß weg Mach die bloß weg So, wir bringen hier einfach mal eine kleine Runde Ich schlag das hier einfach Der Sack Da sind unsere Engie, ist sehr schön Wo, wo, wo Was für eine Schlacht hier Luftschlag Nicht sehr nett Das schaut doch im Moment ganz gut aus Kommen wir uns mal an unseren zweiten T-Shirt Hier sind dann eigentlich unsere Fußgruppen So So, wir können mal eben Die wollen den unbedingt haben Und wird auch so nicht mehr wegkommen Na, doch klar Er kommt weg Tiger kommt immer weg So Einfach wegfahren Okay Er kommt nicht weg Aber nicht zu wild Aber nicht zu wild So, was haben wir denn hier jetzt noch? Ist ja nicht mehr so viel Machen wir den mal schnell Hopps Ha 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 Fuck, fuck and fuck Okay So So, dann mal da rüber Oh, oh, oh Kommt mal ganz schnell raus Ganz schnell Boom Tja Was ist denn da? Oh Da ist ja mal wieder was Oh, da war's das Ja, das war mal wieder ein krasses Spiel Das war mal wieder Das war mal wieder ein nettes, nettes, nettes Spiel Vor allen Dingen, dass sie nicht aufgegeben haben Das fand ich gut Aber die haben sich auch gut gewehrt Das müssen wir an denen ja auch lassen Schauen wir uns mal das Bündchenboard an Oh, das gab ja richtig viele EP Das hat sich ja schon richtig gelohnt So, wer ist denn unser bester? Wahrscheinlich der Tiger Ne, der Panzer IV sogar Einer von denen Okay So, Punkte Oh, hi, oh, hi, oh, hi, oh, hi Da haben wir aber gut gerockt Aber die beiden waren hier echt nicht schlecht Ja, ich hoffe dann Ihr habt Spaß gehabt Und ihr schaut auch mal nächstes Mal wieder rein Wenn's heißt Kommen wir an hier für Heroes 2 Multiplayer Auf bald